Die Deutschen sind vorher raus. Ja, Jensel? Alles gut? Habt ihr Mike auch noch drauf? Ja, natürlich. Alle beiden Runden. Es waren drei, aber ist nicht so schlimm. Ja, die dritte habe ich in dem Fall nicht. Hallo, grüß dich. Ja, klar, wir haben hier Mike noch. Ja, klar, wir haben hier. Ja, klar, wir haben hier Mike noch. Ja, klar, wir haben hier Mike noch. Ja, klar, wir haben hier Mike noch. Vielen Dank.